Tor 2. Marco Pfleger, EV Landshut. Er zählt zu den torgefährlichsten Scorern der Liga. Natürlich darf er dann in so einer Auswahl nicht fehlen. Marco Pfleger, man muss aber auch sagen, wie gut war bitte diese Vorarbeit von Tyson McLellan. Umkurvt die Verteidiger wie Slalom stank und hat dann aber auch noch das geniale Auge für seinen Sturmpartner in der Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020